Grüß Gott meine Damen und Herren, mein Name ist Katrin Rötig von Rötig & Rötig Immobilien. Heute zeige ich Ihnen eine traumhafte Dachgeschosswohnung in Unterhaching in allerbester Lage in einer ruhigen Sackgasse mit einer sensationellen Ausstattung, traumhaften Raumhöhen, vier Zimmern, Luxuseinbauküche, Luxusbad, Luxus von vorn bis hinten. Lassen Sie sich überraschen! Und jetzt kann ich Ihnen noch zwei Optionen zeigen, wie diese Wohnung noch mehr Raum und Zimmer bieten könnte. Sie könnten hier in diesem Bereich die Einbauküche integrieren und würden somit die Küche gewinnen als weiteres Zimmer. Und das macht Sinn, wenn man vielleicht an Familienzuwachs denkt. Weiteren Wohnraum können Sie schaffen, indem Sie den noch nicht ausgebauten Speicher zu Wohnzwecken nutzen, für Büro, Spielzimmer, was auch immer und mit einer Wendeltreppe verbinden. Musik 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 Wenn Sie Interesse an dieser traumhaften Dachgeschosswohnung in Unterhaching haben, mit 160 Quadratmetern, 4 Zimmer plus Ausbaureserve und vielen Optionen und das alles in Luxusqualität und nicht zu vergessen drei Balkone, dann melden Sie sich bei mir unter dem im Anschluss kommenden Kontaktdaten. Ich freue mich auf Sie! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!